Wenn die Mutter reagierte und die Antibiotika nachließen, von der Wirkung her, ist alles wieder schlimmer geworden. Oh, ärgerlich. Ja. Und hat's nicht da nochmal was getan mit deinem Häuschen? Nö, da ist es nicht. Sonst nicht. Ist dann nachher uns eingelassen, weil die Wolken am liebsten war wirklich verändert. Und gleich gesagt, komm, behalte ich das. Komm, Räcki. Ich mein, du hast es hier doch auch super. Nein, so ist es ja nicht schlecht, aber es ist natürlich schon schöner, wenn du... Wenn man heute hier mit Garten hätte. Genau. Ja. Muss man halt nochmal gucken. Ja, Sende, wie riecht ihr den Röstchen, ne? Wie riecht alles. Darum bin ich auch schon in aller meiner Hüfte. Okay. Oh, ich freue mich, dass es so gut getroffen hat bei dir. Echt. Ja, ich auch. Und da in Devise, wo warst du da? Warst du da in dem Wald? Nein, nein. Bei dem Webstuhl. Genau, beim Webstuhlchen. Da gehe ich dann ab und zu mal halt. Weil es hier ist, wird es ja, wenn es so schön ist, dann ist es hier so voll weiß. Ja. Warum geht es hier eigentlich so komisch? Wie geht es hier so ein bisschen schwanken? Hm. Es ist eigentlich nur... Weiß ich nicht. So geht es hier halt. Langsam. Rikki. Rikki, langsam. Ja, super. Solch feine Mäuse seid ihr. Vielen Dank.